Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ist eine halbe Scheinung. Ich wollte erst mal die Insel ziehen. Ich mach mal's ab. Wollt ihr eine? Ich könnte noch ein Kind haben. Fünften. Vielleicht will ich ja lieber den Boden. Was? Hör auf. Was ist denn denn? Hör auf. Ihr seid total betrunken. Kommt zurück. Also ich und Nina, wir können ganz kurz zu zweit unsere Probleme lösen. Habt ihr denn welche? Nina, hör mal zu. Wir können jetzt nicht nach Hause. Warum nicht? Warum nicht? Ja, warum nicht? Weil wir wissen nicht, was mit Mara passiert ist. Wir können jetzt nicht nach Hause kommen. Da war meine Leve, die Brüder. Träte da und was mir wäre, so auszillierte sich mit der Schoen. Die im Dörr, so muss ich nicht sagen.